Die Zeit der trauten Zweisamkeit im Schlafzimmer ist für Iris und Peter vorbei. Inzwischen liegen da noch elf andere mit drin. Ach du Scheiße. Peter, wir brauchen dich. Na, ich bin ein Handwerker. Hier steht ein Bett drin für die Iris. Da brauchst du mich. Patricia, tust du mir wirklich einen Gefallen jetzt? Ja. Gehst du bitte ins Zimmer? Ja. Und bei mir aus dem Bett, die das Betts neu braust und beide Matratzen. Aber willst du dich die anderen fragen, ob die vielleicht eine dicke da waren? Ja. Nein. Ich bin egoistisch. Das fand ich echt scheiße von Peter, muss ich ehrlich sagen. Einfach so hinterlistig, die Matratze zu tauschen und keiner weiß davon und das ist keine feine Art. Und ja, die haben Streit, aber das hat hier nichts zu suchen. Iris. Ja, bitte. Ich habe dein Bett. Oh, wow. Und Peter hat auch den Rest von deinem Bett. Das Bett brachte mir tatsächlich Peter mit heim. Aber ich kriege doch das nirgends hingestellt. Doch, hier? Doch, das einzige Möglichkeit ist hier. Warum? Hä? Warum? Du meinst in der Nähe von ihm dann? Ja. Boah, Peter und Iris, ey, das ist ein schwieriges Thema, echt. Und wer liegt da oben? Da liegt der Neue. Vielleicht tauscht der Neue mit dir. Der Markus. Nein. Dann liegst du über ihn, siehst du ihn noch nicht? Nein. Nein? Wie nein? Nein. Akzeptiere ein Nein und hinterfrag's nicht. Obwohl, da können die schwurzen. Das ist ja generell so ihre Art. Dieses immer eins draufsetzen, immer ein bisschen provozieren, weißt du. Ich bin eigentlich nur beauftragt, das Bett hier reinzuholen. Was ihr habt, ist eure Sache. Baut doch mal bitte auf. Hm. Selbst ist die Frau. Wenn's an die Ansagen geht. Jürgen, hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Ja, das kriegen wir auch mal hin. Also wenn wir da nicht. Ich hab's auch noch nie gemacht, aber notfalls haben wir immer noch den Peter. Aber der macht's nicht, glaub mir. Nee, der ist auch kein guter Handwerker. Es hätte mich jetzt echt gewundert, wenn er mir mein Bett aufgebaut hätte. Der Bachelor hat mir mein Bett aufgebaut. Peter hat einmal die Matratze jetzt ausgetauscht. Es gibt nicht umsonst die dicke Matratze zu diesem Ding hier hinzu. Weil das einfach eine Katastrophe hier ist. Ist es? Ja, mach mal. Das ist anders. Finde ich ein Unding. Es gehört sich nicht. Also absolut eine blöde Aktion gewesen. Es hat nichts mit Boswilligkeit zu tun, sondern einfach auch aus gewissen egoistischen Gründen auch. Weil ich muss ja auch gucken, dass ich irgendwie zum Schlaf komme. Deswegen hab ich's getauscht. Warum ist Iris in den Container gezogen? Sie bekommt Geld. Aber pssst. Und es gibt noch andere Gründe. Warst du aufgeregt, als du hier reinkommst? Ja, voll. Weil du wusstest ja, dass auch der Peter da ist. Ja, genau. Ja, und jetzt sitze ich hier, kann dem Mann gegenüber treten und es tut nicht mehr weh. Es gab ja für ihn nur Familie oder Karriere im TV. Ja. Und er hat sich entschieden. Und ich hab noch gesagt, du opferst die ganze Familie für deine TV-Karriere. Und er sagt, Opfern ist das falsche Wort, aber ja. Aber wie kommst du denn jetzt auf dieses Familie oder Karriere? Na, weil er gesagt hat, er will aus dem Schatten der Familie raustreten. Klar, das ist natürlich eine ganze Familie, die da wirklich ganz stark in der Öffentlichkeit steht. Die Töchter, sie, der Schwiegersohn, also alle sind in der Öffentlichkeit. Ich kann mir das für den Peter auch vorstellen, dass das natürlich auch alles nicht so einfach ist. Weil die haben natürlich einen riesen Schatten, den die werfen. Er ist immer nur das fünfte Rad am Magen. Hat er dann hier die Geschichte in Australien und dann ist es auseinandergegangen? Ja, ich hab eigentlich so den Boden unter den Füßen verloren. Glaube ich. Ich hab acht Wochen am Stück geweint nach der Trennung. Der ist ja am 3. Januar ins Dschungelcamp mit Lukas geflogen mit den Worten, ich liebe dich, vermiss dich jetzt schon. Ich hab ihn ja aber erwischt. Bei Fremdgehen? Nein, beim Lügen. Ah, okay. Ich hab ja sie dann erst gestalkt in ihren Storys und hab jedes Mal meinen Mann gesehen. Und er hat aber am Telefon immer gesagt, er ist alleine. Er geht alleine in die Karaoke Bar und sie macht eine Story, wo ich ihn sehe. Und er ist alleine am Meer. Ich guck ihre Story, er ist dabei. Immer wieder, jeden Tag. Und er sagt immer, nee, nee. Nein, Peter hat nicht gekämpft. Er hat mir immer wieder nur Honig ums Maul geschmiert und hat mich hingehalten. Aber gekämpft hat er nie. Aber guck mal, das ist halt die Sache. Man hat immer zwei Seiten, ne? Das ist deine Seite jetzt? Ja. Und dann gibt's seine Seite. Ganz typisch irgendwelche Unwahrheiten in die Welt setzen und dann gucken, was passiert. Ja, die Menschen erst mal so ein bisschen manipulieren und für sich einnehmen. Das ist so genau ihr Ding. Ich hab in der Nacht manchmal zwei, drei Stunden geschlafen. Sie hat jeden Abend angerufen, hat mich terrorisiert. Jeden Abend. Vorwürfe, Beleidigungen, dann wieder genau das Gegenteil. Du, du, du bist wahnsinnig. Davor kannte er diese Yvonne nicht. Doch, in unsere Ehe ist sie halt wie eine Zecke immer rein, ne? Aber ein Charakter wie ein Toastbrot halt, ne? Ich glaub, sie will halt was erreichen. Ja. Hat sie anscheinend in der Ehe kaputt gemacht. Ah, nein. Darf man nicht sagen, weil man weiß ja nicht, ob du die Wahrheit gesagt hast, ne? Ob das so stimmt. Das ist viel zu viel für mich alles irgendwie. Ja. Sie ist schon sehr, sehr impulsiv, explosiv. Also schon hardcore, was das angeht. Dann hat sie noch was losgelassen. Heißt, wenn du das machst, blockierst du dich überall. Überall, überall, weil dann fragen mich die Leute, ja, warum hast du dich getrennt? Genau, warum hast du dich getrennt? Wenn ich höre, mein Ex-Mann ist in dem Format, dann gehe ich doch da nur rein, weil ich denke, okay, ich will mit ihm darüber reden. Ja, es war ein öffentlicher Schlammschlag und ich will es öffentlich beenden. Ich will die Scheidung, ich will mein eigenes Geld behalten. Aber was heißt, du willst dein Geld? Ja, er will ja 100.000 Euro für die Scheidung. Also, der unterschreibt ja die Papiere nicht gerade. Er unterschreibt nicht, weil er 100.000 Euro von den Ländern hat. Genau. Die Scheidung ist noch nicht vollzogen, weil wir im Vorfeld ursprünglich eine Vereinbarung hatten, aber die hat die Vereinbarung, die wir ursprünglich getroffen hatten, einfach ignoriert. Oh, das ist alles so krank. Ja. Ich wünsche euch viel Kraft und alles Gute. Ja. Wir haben hier Haferflocken. Hallo, mein Name ist Peter Klein und ich bin dabei bei Promi Big Brother 2023. Folge verpasst? Kein Problem. Schaut einfach nach kostenlos auf Join.